Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zombies. Wir sind hier bei einer Map, die heißt Haunted High, äh, Lady, 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 stop it, okay, huh, äh, interessante Frisur. Gut, also, äh, äh, bevor ich es vergesse, also, ich poste jeden Tag, also wirklich jeden Tag, ein Zombie-Video und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr auch mal dabei werdet, wieder und wieder und wieder und wieder und das ist am besten zu erreichen durch Abonnieren. Glöckchen einschalten und die ganze Schose, what the what, get out of my way, so, was, wo war ich jetzt, achso, ja, Glöckchen, abonnieren, Kommentare, Likes, das ganze Programm, was ist hier, not available, Lady, stop it, so, also, wir haben Power First, das ist hier, achso, das ist auch Power First, versteht sich, haben wir eine Wall Weapon, äh, Press F to activate, war das gut? Ich weiß es nicht. Aha, ah, Vespe, Vespe, okay, 1250, dann wissen wir, äh, Civil Protector off-line. gut aussehende map bisher gefällt mir 1500 debris für sieht aus wie brekkie vielleicht ist sowas anderes ich hab auch nicht immer doll die ahnung ne ok bowie knife ak5 clear debris 4000 so die richtung gucken wir auch mal große map hier war ich gerade hier war ich ja schon alles klar wir haben alles gesehen und in high school it's cool to be in school so wespe it is ehrlich jetzt ist die okay dampf jetzt ist die frage gibt es ein ending von dem bus schon mal nicht ein rabe die map ist schon gerettet eine rabe herrlich sprach der rabe nimmer mehr so interessante models last six bullets for your head in your face okay wir haben tausend punkte lasst uns mal die erste tür öffnen das ist ein weh wenn man hier reinkommt ich sag mal nein ruckeli 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 ja dass man diesen kram nach so vielen jahren nicht patchen kann ist ein wenig frustrierend das habe ich gerade gemacht 500 hier hinten war irgendwo eine wo war der da ist das eine gute idee sollte ich das aktivieren okay 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 sammeln wir punkte drehen mal an der box hoffentlich kriegen wir ein paar gute waffen die drei main perks so wie immer ich hoffe mal dass wir zwei waffen packen können und wenn es kein ending gibt maximal rund 20 das sollte dann reichen wobei die map sieht eigentlich gut aus da muss es ein ending geben wäre sonst echt schade wenn es kein ende geben dann würde ich den backmaker wirklich empfehlen an ein ending zu denken aber so weit sind wir noch nicht also nicht so weit vorgreifen das wird schon noch so wo ist er hallo zombie hier sind wir doch what der what dead machine bist du der letzte du erscheint es mir als wenn du der letzte wärst muss man an der box drehen der ma6 ist nicht nicht richtig gut schwebende kerzen bootlegger gehen wir mal hinauf 500 debris kerzen überall gutes feeling wir hier 57 hier ist jack was ist das crap ok was kostet das 1000 aha hat eine bodel niedergeprügelt 1000 1000 hier um da rauszukommen der hinterausgang sozusagen und da 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 hopp gut funktioniert dann wir mal genügend punkte für boah was für eine fette spinne genügend punkte für jack und dann gucken wir mal was wir sonst noch so für türen öffnen können für die nächsten perks die musik wow gewitter regen wolken what ok explody zombies mit strom das ist das ist cool gemacht gefällt mir was ist das ein feuersombie oh das ist hm es ist meine coole idee ja noch so eine was seid ihr für welche du bist der letzte im bunde gewesen warum bist du auf einmal gerannt oh man run run double tap und kn für 1400 1400 für die kn was ist das hier für geräusche wobei wespa ist aufs wall wundervis offline wie viel sind das 603 spuckte das exerc görün und wir brauchen keine wir brauchen wir brauchen punkte die das ist doch schon mal ein guter cham Beim Schauen. Gib mir 2000 Punkte. Gut. 2000 Punkte. Wie gewollt. Man, du bist aber auch fix unterwegs. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Okay. Gut. Ein Fahrrad. Ein Bicycle. Oh, bitte nicht. Ernsthaft? Oh, das wäre in der Doground auch noch. Nein! Nein, 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 nein. So machen wir das nicht. Doggy. Doggy. Oh, Mann. You command me to nothing. Alter, wie viel ist das Bowie-Knife? Das kann doch nicht sein. Wie oft muss man den ja knifen, den Hörny? Jetzt sag ich nicht drei Riesen. Ernsthaft? 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 you will be defeated und tschüss bist du der letzte nein du bist nicht der letzte ok da haben wir noch einen haufen hoschis die hier runterkommen gucken wir mal also gehen wir weiter höher in dem turm oder gehen wir hier hinaus und suchen hm ist die frage ich bin ja für dieses die frage der fragen der fragen die fragen sind aber alle so groß wie soll ich das machen wie schaffe ich das wir gehen weiter wir gehen weiter hinauf das muss so gehen 1000 hier 57 hier man durch glitschen 500 hier shop 1000 hier das ist das shield piece ok so collected additional parts da fällt man durch ok paddy bear 2 shield pieces habe ich ok not not available ok auch interessant gehen wir weiter auf bücher am pijuan Nice. So, wir haben zwei. Okay. Zwei Teddys. Alle Shield Pieces. Das ist natürlich hier drin. Oh Gott, oh Gott, wie machen wir das? Gut, hier kommt hierher. Ich renne da rüber. Renn, renne, 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 renne. Building Zombie Shield. Habe ich. Instakill plus ne Bombe. Da geht's lang. Stop. Wir brauchen jetzt die 3000 Punkte für das Bowie-Knife und für Speed. Also das heißt sechs Riesen. Das ist also jetzt unser nächstes Ziel. Danach mehr Türen öffnen. Also, da hat sich der Mapmaker schon echt Gedanken gemacht hier, ne? Also, verschiedene Models. Spezial-Zombies dazwischen. Gut, der Boss mit dem Strom ist jetzt nun nicht so mein Favorite. Klick macht's. Das heißt, mehr Munition. Hm? Hast du Munition dabei? Das war genau das, was ich gebraucht habe. Dankeschön. Noch nicht genügend Punkte. Sicher ist sicher. Und als nächstes. Speed Cola. Könnten eigentlich schon gar nicht mehr in Höhe seine Portal. Das ist vielleicht... Das ist vielleicht... Warte aber grad. Soul-Filler? Oder was war das? Habe ich mich gerade verguckt? Oh Gott. Nein! Nein! Gut. War scheinbar bloß eine optische Illusion. Weiter! So, wir brauchen noch einen Teddybär. Mindestens. Dann müssen wir mal gügeln. So, wir haben genügend Punkte zusammen für Speed Cola. Dann werden wir mal erstmal... Erstmal mal die Vespa wieder auftanken. Denn schließlich ist ja... Ist der Hinterausgang? Brauchen wir nicht. Ist ja nötig, dass wir uns verteidigen können. Nicht wahr? So. Let's go. Ein Zombie-Counter wäre gut. Und... Vielleicht... Ein anderer Boss. Vielleicht... Vielleicht... Brutus... Brutus ist überall... Wir könnten... Vielleicht... Den... Den Panzer... Höher geht's gar nicht. Wait... What? Warte mal. Wenn's hier nicht höher geht... Dann... Müssen wir wahrscheinlich von außen... Dahin... Teleportieren. Meth... 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 Glücklich... Tatsächlich. Also... Höher geht's nicht. Dann also... Außen weiter. Rennen... Wir mal darüber... Jetzt ist die Frage... Wo gehen wir als nächstes hin? Da wo die Bracky zu sehen war? The Bracky... Fünfzehnhundert... Machen wir das einfach mal. Is it the Bracky? Is it the Bracky? Is it the Bracky? Edition parts? Wirklich? Wir nehmen das selbe. Die Musik. Brauchen wir nicht. Was macht die Musik aus? F4 Part... Was auch immer das war... Gibt's da noch irgendwas zu basteln? Das ist... Alter... Schwede! Hat Renzen... Du auf einmal. Okay... Dann gleich beide Tore aufgemacht. Das gefällt mir noch viel besser. Not available. Was ist das? Peacekeeper? ICR. Für 1500. Geht das hier rauf? Kann man hier raufhopsen? Nein, kann man nicht. Schade. Äh. Hm. Stop. Gut, gut, gut. Das könnte ein Peace sein. Das ist hundertprozentig ein Teil. Gibt aus wie irgendein Gewehrstock hier. Buttcap. F4 Part. Yep. Haben wir das auch. Dann werden wir mal hier runter. Irgendwo und nirgendwo. Ui. Cosmic Cinema. Bist du der Letzte? Ist es schon so weit? Tatsächlich. 1500. Debris. KN. 1400. Was ist das? Ray. Ne, Mag. FFW. 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 Wollt ihr mich veräppeln? Das heißt, der Dödel ist auch hier irgendwo. Okay, nehmen wir KN. Das waren 1500, ne? Arcade. Irgendwo irgendwelche Teile. Das ist doch ein Witz, ne? Das ist doch ein absoluter Witz. Gut. Da ist er. Habe ich doch gewusst. Knödeldödel. So. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Punkte. Nicht einfassen. Er macht Kabuf. KN ist gut. Mhm. Frag mich nur, was es mit diesen Schädeln auf sich hat. 2000 hier. Stopp. Okay. Hm. Du bist weg. Kein Max Ammo? Hm. Weißt du was? Was soll's? Was kostet der Spaß? Gar nichts. So. Widow's Wine. Granaten. Okay. Hier geht's auch nicht weiter. Bleibt mal da. Temple of Doom. Okay. Die Lady ist nicht ansprechbar. Äh. Hm. Wow. Besser... Besser nicht. Besser erstmal nicht. Blurry. Das kostet sehr Spaß. 2000 auf das. What? Lady. 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 Stop it. Ich bin nicht Sam. Ich kenn keinen Sam. Stop it. Oh man. Glitschig. Wie ist denn das hier? Höh? Wo bin ich? Hallo? Was ist denn das hier? Äh. Okay. Hab den Raum nicht ganz verstanden. Das war... So. Wo ist der andere Dödel hin? Hä? Der hat sich in Luft aufgelöst. Krass. Höchst interessant. So. Wir haben den Bracky hier. Wir brauchen mehr Teile. Gibt's ja für kleine Punkte, ne? War ja klar. Hm. Hm, I say. Ich hör euch. Ach ja. Da sind wir ja. WMP. Jetzt hab ich mir extra die Bowie... Das Bowie-Knife geholt. Für diesen komischen Schocky-Man. Und dann taucht er noch nicht mal auf. Haben wir jetzt was hier? Haben wir, haben wir, haben wir? Collect my soul. Heißt das... Äh... Heißt das, ich muss hier einen killen? Oder... Na, guck mal her, gerannt hier. Wir brauchen Freilin. Dich. Okay, nein. Das war also eine Nullnummer. Klick macht er. Wow. So. Dann... Wollen wir das mal ausklächeln hier. 5.000 Punkte. Gut. Sollte reichen. Gehen wir mal... Hm. Wir brauchen noch eine zweite Waffe. BMP ist alle. Hoffentlich gibt's unterwegs was Vernünftiges. KN habe ich. Verfahren ist mir zu teuer. Teil. Ein Teil brauchen wir noch. Ich bin ein Zombie. Ich schreie. Okay, da kann man nicht reingehen. Was haben wir hier? Äh... Okay. Sherry. Und... Fetter Mülleime. Das war's. Also, ich bin auch auf der Suche nach einem Teddybär. Das darf ich bloß nicht vergessen. Irgendwo ist noch ein Teddybär. In der Mega-Map hier. Good-looking-Map. But... Where is the Teddybär? Und wie? Flickst noch eins. Oh, gar nicht lang. Nein. Okay. Dead End. Hier geht's nicht weiter. Wir brauchen eine Waffe. Dann brauchen wir noch ein Teil für Bench. Irgendwo muss doch was versteckt sein. Wie kommen wir weiter höher in dem Turm? Müsste es doch noch irgendwelche Sachen geben, die man öffnen kann. Mega-Punch ist auch nicht aufzutreiben. Interessant. Achso, wir hatten ja noch diesen Wasserplatz hier. Ob die Gefahr, dass ich ersaufe... Oh Gott, nein, 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 nein. Nochmal. Okay. Ich... Oh Gott, 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 oh Gott. Run! Das war... Uh. Versuchen wir es mal da vorne. Mit dem Wasserspielplatz. In der Hoffnung, dass wir irgendwo Pack-Up-Punch finden. Und eine bessere Waffe. Die hier irgendwelche Teile versteckt. Boah, wie soll ich hier Teile wiederfinden? Oh Mann. Nicht sterben, ja? Wait, wait what? Not, not available. Was ist das hier? Eine Bombe? Ah. Hier rennt unter Wasser. Das ist auch nicht schlecht. Oh, dann komme ich eigentlich auf den Pott hier rauf. Ist gar nichts. 10.000 für Clear Debris. Get... Get up. Nicht 10.000, 1.000. Dann machen wir das mal. Come on, come on, come on. Warum bin ich so langsam auf einmal? Oh Gott. Oh nein. Okay. Das war eine sehr interessante Map. Komisch gemacht. Der Trigger für die Tür funktioniert da nicht. Trotzdem. Wenn es euch gefallen hat, Like-Button drücken. Abonnieren. Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Map. 100%ig wieder. Bis dann. Bis dann.